Warum sind die Kommentare deaktiviert? Die Frage kann ich euch ganz einfach beantworten. Schaut in die Videobeschreibung, beleidigende Kommentare sparen unerwünschte Werbung und nicht konstruktive Kritik wird kommentarlos entfernt und der Verursacher geblockt. Bitte habt Verständnis dafür, danke. Die Frage kann ich euch ganz einfach beantworten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I'll be right beside you 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 We fell out of love like shooting stars Came crashing down And we're building back up again now I'll be right beside you A man who on every occasion Has given the best that he has I'll be right beside you 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 I'll be right beside you